Hey Leute, M to the Unboon Moonboon hier. Ja, ja, ich weiß. Billige Imitation von Husky, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und es klingt cool, ne? Also, hier sind wir wieder zurück, Mega Man 4. Und wir erstellen uns heute Ringman. Oh, yeah. Bin ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Oh, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, ja, das verspricht einiges, das Level. Kommen gute Erinnerungen. Oh, gleich eingefallen. Oh, Gott, die spawnen ja auch wieder. Oh, Gott, das wird hässlich. Nein, nein. Okay, dann pläten wir sie doch. Alles gibt's ja wohl nicht. Hehehe, verarscht. So, jetzt hab ich dich. Oh, Energie. Hallo, Uwos. Oder, wo brauche ich das? Oh, nee, man hat ja wieder alles voll. Nice. Oder sehr geniale Musik hier. Oh, fuck. Okay, ganz gechillt. Hui, jup. Oh, Ninja Megaman. Unsichtbar. Sieht nach, boah, oh, Gott. Eie, ja, Nilpferde. Nilpferd auf du. Todes Nilpferd aus der Hölle. Oh, yeah. Endlich mal wieder was, wo man sich bewegen muss hier. Davon könnten mehr kommen. Oh, no. Oh. Kreissäge. Tunisch Energie. Brauche ich Energie? Oh, da schau ich Energie. Oh, scheiße. Brauche ich Energie? Komm ich da wieder hoch? Ah, yes. Okay, fail. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Hey, also. Das gefällt mir so nicht. Jetzt mach ich noch mal. Höh. Wah. Ih. Oh, was haben wir hier? Ein Auge. Hallo, wie sind wir denn da hier treffen? Ah, okay. Zu früh. Oh. Er ist erzählt. Und. Nice. Disco Megaman. Oh, nochmal Nilpferd. Ein bisschen schwieriger noch, wie das andere vielleicht. Boah, die Raketen fliegen anders, habe ich das Gefühl. Okay, soviel dazu. Und da oben haben wir eine Secret Area. Was benutzen wir? Unser Sprunghund. Auf geht's, Sprunghund. Und was gibt's? Aha. Salut. Und merci. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für das Französisch. Okay. Weiter geht's. Oh, nein. Die kennen wir doch schon. Oh, nein. Und genau wie bei Trill Man. Kriegen sie mich ja jedes Mal. Das gibt's ja wohl nicht. Na, dich habe ich gekriegt. Stirn. Noch mehr Ringe, was ist anders? Oh, die gehen von der Seite weg. Okay. Ah, fuck. Oh, fuck. Das endet böse. Oh. Pff. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm, ich brauche Energie. Gib mir Energie. Oh, das wäre tödlich. Kriegt er mich hier oben? Nein. Okay. Ah, 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 ah. Okay. Jetzt schauen wir grad mal, wo wir rauskommen. Wo wir anfangen. Ja, das ist akzeptabel. Dann haben wir wieder mehr Energie. Und ich habe noch eine zweite Chance für diese Bastardos. Also, geh doch. Geht doch, Moonboon. Also, bitte. Oh, ganz cool gehen wir hier oben rum. Oh, da wäre Energie jetzt, wo ich sie mehr brauche. Ja, jetzt trautzt ihr überall die Energie. Oh, knapp. Je. Und das sind wir auch schon wieder. Warten wir einmal kurz. So, jetzt. Was soll ich denn das jetzt machen? Der trifft mich ja auf jeden Fall. Blick ich nicht. Aber geschafft. Oh. Was ist denn das da oben? Komm mal da rein. Gibt's da irgendwas? Sieht nicht so aus. Geh mal lieber zu Ringman. Ring. Ah, fair one to the burning ringman of fire. Okay, lassen wir das. Äh, Ringman. Gegen mit was bekämpfe ich dich denn? Ringman. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich meine mich zu erinnern mit einem Pfarrer. Oh, ha. Oh, das waren die, die zurückkommen. Ach, du Scheiße. Holy fuck. Okay. Also, machen wir diesmal ein bisschen professioneller. Ich kriege da nämlich gleich mal eins in die Fresse. Wischte es jetzt weg? Nee, noch da. Bäm, 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 bäm. Okay. Okay. Also, der geht wirklich ab hier wie geschnitzelt, habe ich das Gefühl. Dann kann er zwei Ringe auf einmal werfen. Das ist ja voll ungefähr. Bis zur Hälfte kriege ich ihn. Sollen wir es mal anders probieren. Das hat mir echt ziemlich gut gefallen hier mit dem Pride. Das funktioniert gar nicht bei dem. Toll, jetzt kann ich eine Waffe wechseln. Das scheint hier ein bisschen eine kompliziertere Angelegenheit zu sein. Bis ich mal dieses... Ach, der erste Ringe geht dann immer nach oben. Das muss ich mir mal merken. Dann müssen wir fast mal... Wir haben doch hier... Genau. Nein! Das gibt's nicht. Er hat noch einen Strich. Ein... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe verflucht. Warum lädt sich dann jetzt mein Pfarrer-Ausschuss nicht auf? Okay. Also, ich glaube, das ist bisher der anspruchsvollste Boss hier. Solange bin ich noch an keinem rumgewiped. Und der erste geht hoch. Oh, trifft mich trotzdem noch. Das gibt's ja wohl nicht. Hehehe. Na los, komm noch, komm noch. Was sollst? Au. Energy Tank. Und um Nugen. Und um Nugen. Yes! Aber hallo! Das hat jetzt eine Weile gedauert. Dummer Ringman. Ich hasse dich. Wir sehen uns in der Hölle. Ring-Boomerang. Und ich werde drecksgrün-gelb. Okay. Stage Select. Das war's mit Ringman. Und ich bin Moon-Bun. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.